Menn! Nicht... Höhöhöhöhöhöhöhöhö Wolltest du ihn hier irgendwie runterfallen lassen? Nee, auch nicht. Ssss, Brumms! Hm. Hm. Können wir hier irgendwas anklicken? Du willst wohnen, das ist nicht so ein Ding. Willst du nicht? Nein. Gleich fang ich an zu weinen. Können wir hier vielleicht noch irgendwo irgendwas finden, was uns hilft. Können wir das Loch reingucken? Können wir so auch nicht jetzt. Du willst doch hier die Spinne, genau. Darum ist Mutti. Ah, zu Hilfe, zu Hilfe, zu Hilfe. Nee, nee. Nee, 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 nee. Hier ist wie eine komische Moskito. Der macht das Blatt leer. Ssss. 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 Ja, guten Hunger. Kann ich hier ein Blatt anklicken? Irgendwas? Irgendwas! Komm mal hier irgendwo hoch. Irgendwo runter. Hm. Grrrr. Dass das Ding runterfällt, hilft uns auch nicht so viel. Naja. Aber ich meine, haben wir das Dings entdeckt. Ja. Und die fressende Pflanze. Hm. Oder sind weiß vielleicht die Sachen, mit denen wir irgendwie interagieren können? Nee. Ich meinte gelb. Nee, das haut aber auch nicht hin. Den Kiefer kann ich ihm auch nicht so ein Fraß vorwerfen. Hm. 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 Naja. Guck mal hier den Käfer benutzen. Guck mal hier den Käfer benutzen. Ja. Guck mal, hier ist passiert was. Hey! Ah, ich kann doch gar nicht. Mann, so schnell kann ich doch gar nicht. Ach, das ist was. Achja. So, guck mal nochmal. Nochmal! Oh. Ah, jetzt da. Aha. Uuuhhhhh. Huhuhu EHod. Oh! Weck ist er. Na, dann kommen wir hier lang weiter. Guck mal, was macht ihr denn da? Guck mal, Staubsauger. Eh! Das war doch unser. Der hat doch grad unser. Ey, was bist du denn für ein Ferkel? N payroll. Hm. Jetzt. Kriegen wir ihn rauf. Hopp. Schlupf. Schlupf. Können wir ihn antriegen? Hopp. Hopp. Ja, spruch's aus, genau. Seglicher. Hey, haben wir schon mal eins gerettet. Und wir haben ein neues Tierchen in unserer Kartei. Genau, das Saugschwein. Schweinsaug. So. Huch, was bist du denn für einer? Oh, sieht aber traurig aus. Klicken wir dich mal an. Oh, wie die Geschichte. Oh, Bäumchen. Oh, oh. Weißt du, dass viel, was unseren Baum schon gefressen hat. Ich muss noch eben auf die Galle denken? Die wird immer größer und böser und frisst alles auf. Aber ja, das sollten wir verhindern. Zumindest sollten wir versuchen, das zu verhindern. Und wir haben ein neues Tierchen. Die Geschichte erzählt. Ach, guck mal, der erzählt sogar was. Die Geschichte haben wir jetzt schon mal gesehen. Die machen wir einfach... Ja, die kennen wir schon. Gut. Gut. Und sonst erzählst du nichts weiter. Gut. Dann brauchen wir wieder zurück. So. Dein Glück, dass du das Kind ausgespuckt hast. Das hätte ich dir jetzt aber nur. Ah. Und wir zurück hier. So. Das ist aber genauso wie vorher. Da ging es und finde ich wirklich weiter. Oder? Gibt es hier noch irgendwas? Gibt es hier irgendwie weiter? Da lang, da lang, da lang, da. Da. Nee, hier ist bloß der hier. Und der schnarcht, glaube ich. Nee, die anderen haben geschnarcht. Also richtig weiter geht es jetzt hier auch nicht. Jetzt haben wir zwar eins von den Kindern gerettet. Die schnarchen. Echt ja süß. Jetzt haben wir zwar eins von unseren Kindern gerettet, aber das war es dann jetzt auch irgendwie schon wieder. Gucken wir mal. Aber vielleicht eröffnen sich jetzt hier ungeahnte neue Möglichkeiten. um mal ein Kind gerettet haben. Und hier jumpt immer noch der kleine Augensauger rum. Sie sieht. Ist auch noch nichts Neues passiert. Verdammt, der Hacker. Wo soll denn das alles noch hinführen? Das schüttelt uns den Jungs vorhin. Oder? Ich hab' ich hab' vorher gar nicht gesehen, den Pfeil. Boop. Quack. 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 Ja. Quack, quack. Quack, quack. Kann man euch noch noch machen? Ups. da da hat er mit der Begleitung für dieses Konzert hier genießen können ich habe inzwischen mal geguckt, aber hier geht es irgendwie auch nur da nach oben weiter sieht aber auch nicht nett aus oh oh vielleicht müssen wir die Frösche singen lassen hey, aua hey na toll und nun? aha die bewegen sich ja gucken wen nehmen wir denn? probieren wir mal, vielleicht kann sie ihn rüberfliegen ne, ne, natürlich nicht vielleicht kann er den Arm lang machen ja, 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 sieht schon fast gut aus ja, gut, okay ja, er ist schon mal drüben ja, und er bringt ihn auch mit, juhu, wir haben ihn, Nummer 3 äh, Nummer 2 Nummer 3, Nummer 2, Nummer 2 ey, warum ist denn der jetzt man warum ist denn der jetzt ach, jetzt müssen wir den erst hier hochbringen, oder? soll ich jetzt hier hochbringen? wollen wir den Dinger runterziehen? ne nur seitwärts ups ah so, da habe ich dann auch direkt Schweigen gehabt dass ich gleich mal die richtigen bewegt habe vorhin ja, hurra ab nach Hause Ginchen ah, die Terror-Krabbi hier so, ich gehe nochmal runter weil auf die andere Richtung sind wir noch gar nicht gelaufen nochmal hier, bubub so, ist hier was? scheint ja mal so gar nichts zu sein das ist ja sehr untypisch möchte ich es ach, ne, guck mal, da ist was unser Wurm unser Wurm wir haben unseren 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 Wurm Würmer, 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 Würmer Würmer, 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 Würmer ja, ich weiß, das war geklaut so aber jetzt zupfen wir mal wieder hier hoch büb müssen wir zu der Terror-Krabbi nehmen wir eigentlich nicht, ne jetzt gehen wir mal wieder hier hoch jetzt haben wir nämlich den Wurm für den Angler aha hallöchi, Kollege Wir haben deinen Wurm. Hier, guck mal. Jetzt kannst du die fliegenden Fische angeln. Hups, das war zu weit. Du solltest... Ob das eine gute Idee war? Nicht, dass er uns jetzt gleich beißen will. Jetzt haben wir eine Krabbe eingesammelt. Tschüss. So, ein U-Boot. Ach so, der freut sich. Na gut, wenn er sich freut, dann ist alles schön. So, neben das Seine. Können wir vielleicht den hier einsetzen? Ne, können wir nicht. Ja, zwei hast du schon wieder, siehste. Die sieht schon ganz anders aus. So, und das Ding können wir bestimmt benutzen, um irgendwo irgendwas wegzuschneiden. Die Frage bleibt jetzt bloß noch, was und wo? So, hier. Da. Ne. Oder vielleicht können wir damit die Spinne erschrecken. Ah, guck mal hier. Ah, ja, ja, was hast du jetzt davon? Juhu, tschüss. Ja, du darfst wieder gehen. Dankeschön. So. Ja, ihr. Wä, wä, schüttel. Oh, da ist das dritte Kind. Und das spielt mit Geisterkindern. Oder was ist das da? Das sieht gruselig aus, irgendwie. Die kann ich draufklicken. Kann ich auch noch was machen, wenn ich draufklicke? Oh, vielleicht ist mein Kräuser wieder. Hier irgendwo hin. Hallo. Seht ihr was? Ah ja, die hüpfen. Hm? Ah, die kann mal kitzeln. Hii. Na lachen sie. Oder auch nicht mehr. Hm, was mach ich denn jetzt mit euch? Kann ich hier irgendwo hinlaufen? Tun machen hab ich auch nichts mehr. Wenn ich hier wusste, kitzeln. Hm, die Sachen zwar so komisch, aber so wirklich passieren, tut hier nix. Hm. Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Klick, klick. Klick, klick. Klick, klick. Klick. Klick, klick. Die haben sich doch gar nicht hier noch bewegt, als ich da raufgeklickt hab. Und ihr hier auch. Kriegt euch ein Krampf im Finger. La la la. Aua. Aha. Ah, da war was. Ich muss das jetzt so lange machen, bis sie... Bis sie da rauskommt. Scheint Pollen zu sein, übrigens. Glaub ich. Ich glaube, hier hat sich aber schon was gelockert in dem Haufen, oder? Wann da nicht? Hm, verdammte Hacke. Hm, klick, klick. Klick, 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 klick. Ah, was war das? Na, wer kennt das? Na, 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 na. Vielleicht. Ach. Guck mal, ich habe jetzt meine Mauspflege beim... Ja, komm. Zack. Ja. Vielleicht du hier? Du bist so schön oben drauf. Ja, nee. Komm schon, ja eben, dass du auch untergeflogen bist. Ja. Ja. Nee. Nee, nee, auch nicht. Na, komm. Ihr wollt's doch auch. So, hier klicke und... Ah ja, dann kräftig mit der Maus wackeln, dann passiert hier auch was. So. Ich weiß nicht, ob kräftig mit der Maus wackeln das Ziel war, oder ob ich in eine bestimmte Richtung schieben muss, aber wenn, dann habe ich es noch nicht rausgefunden. Aber ganz offensichtlich muss ich den hier wenigstens jetzt freischaufeln. Eh. Eh, los, weg da. Runter da. Los, ich. Ich will den mitnehmen. Da. Ja, jetzt. Der Nächste. Hop, hop. Ja. Und der Nächste. Wip, wip. Wackel, wackel, wackel. Ja, hier. Den hier ist oben drauf. So. Erstmal keine Denenheitentständung gibt, Leute. So. Und runter. Und der Nächste. Und jetzt? Jetzt nach Hause? Komm. Schlaf nach Hause. Ja, fein. Geht zu Mami. Los, ruhig. Und wir kommen gleich nach, um unsere Belohnung bei Mami abzuholen, die sehr wohl. Auch nicht für eine Zeit. Die Musik hat sich auch gerade verändert. Habt ihr das mitgekriegt? Das war jetzt irgendwie gerade sehr lustig. So. Mal wieder herausfinden, wo war denn Mutti? Mutti war hier, ne? Da, also Mutti. So, jetzt rück raus hier. Was auch immer du von's hast. Okay.